So, okay. Gut, jetzt brauchen wir nur noch die dritte Kugel und dann haben wir es. Juhu. Aber das wird echt schwierig mit der dritten Kugel. Ich weiß nicht, wie ihr seht, wo sie ist. Oder ihr wisst, wo sie ist. Opa, doch, nicht so schräg, Lara. Ich muss da echt schnell sein. Oh, schräg. Legen Sie eine Kugel auf das Schädel, Podest. Podest, nicht Podest. Ach, ihr wisst schon. Ich kann nicht mehr sprechen hier. Echt schlimm. Oh, dort. Oh, dort. Oh, Gott. Jesus Christ. Oh, nein. Was ist das denn für ein... Level. Also, das sieht schon mal beschissen aus. Solche Level hast du in den Lara Croft so spielen, glaube ich. Christ. Oh, mein. Was? Warum? Warum ist das Teil jetzt losgegangen? Ich hab's doch ausgemacht. So. Jetzt gucken wir uns das erst mal an. Okay. Danach fängt es an zu brennen. Wahrscheinlich, weil da der rote Schädel ist. Okay, aber dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, das brennt mich gleich, wenn ich da drauf springen will. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, wenn ich da drauf springen will. Haha, aber klar. Wie soll ich das... Are you fucking kidding me? Nein, 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 nein. Nein, ich muss das doch garantiert darüber. Sprengen. Oh. Oh, wow. Oh, oh, nein. Okay, noch ne Kugel. Aber die Kugeln hier sind etwas spezieller. Oh Gott, das ist... Nein, Kugel! Wo rollst du denn hin? Okay. Dann kann ich nachher, während ich Minecraft spiele... Ich bin gerade in so einem Minecraft-Rausch. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Dann kann ich nachher, während ich Minecraft spiele, ähm, die Dinge mischen. Ihr wisst schon. Rendern. Fuck you! Ich muss die Kugel da hinrollen. Also, ich muss sie rüber sprengen. Ach, das sind zwei. Oder wie? Ne, ist nur eins. Okay. Ich muss die Kugel da hinsprengen. Dann sollte ich sie etwas weiter nach rüber rollen. Ne, dann spreng ich sie einfach nochmal. Dann muss ich wieder weg. Dann muss ich da drüben... Also, ich zeig euch das mal, wie ich das meine. Okay, also ich spreng die Kugel jetzt hier rüber. Dann gehe ich da nochmal rüber und spreng sie nochmal. Dann renne ich wieder hier entlang, ziehe dieses Teil raus, gehe da drüber, hole sie mir von da und spreng sie nochmal. Das wird echt... Also, wenn das so klappt, wie ich das möchte, dann... Skype. Dann wird das echt aufwendig. Okay. Eins. Okay. Ich muss jetzt rüber... Ja, Skype. Ich hoffe, dass das nicht mein Freund ist. Das wird das nicht wahrscheinlich. Aber ich schreibe. Nochmal. Fick. Zu spät. Okay. Nochmal. Aber ich denke, wenn wir es so machen, dann klappt es. Wobei, ich muss es wahrscheinlich noch ein bisschen weiter rüber rollen. Wir haben ja gesehen, sonst versenke ich das ordentlich. So. Hier rüber. Wobei... Komm, noch ein Stück. Noch ein Stück. Ich weiß nicht, wir holen uns das... Wir holen uns das, wenn wir hier drüben sitzen, sonst kommt das Feuer zu schnell zurück. So. Ich hol mir nachher den roten Kopf. Weil wenn ich nachher sterbe, dann ist es nicht so wild. Okay. Okay. Feuer geht wieder weg. Okay. Okay. Oh, nicht rollen, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Er rollt rein. Alter, ist das knapp gewesen. Boah. Aber jetzt können wir den wenigstens gut rübersprengen, hoffe ich. Halleluja. Sag ich doch, so klappt es... Nee, ich roll erst die Kugel in die Richtung. Wenigstens in die Richtung. Kann die doch hier irgendwo runterrollen, oder nicht? Ach nein, Moment, ich kann sehen noch, ob das Podest schießt. Das haben wir letztes Mal auch schon geschafft. Das war die falsche Zu... Falsche Richtung. Komm mit. Hm-hm. So. Ich glaube, so ist es in Ordnung. Ach, leck mich. Nein, 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 nein. What the fuck? Nicht schon wieder. Oh, fuck you, Charles. Macht das überhaupt genauso für Schaden wie das... WUAH! Andere? Ja. Einscheinlich. Ich mein, hier liegt ja überall Munition rum, also... Komm mit, Kugel. Und ich hoffe, es ist für euch okay, dass wir das Dschungel-Outfit nehmen. Ich find das ganz hübsch, deswegen... Und ich denke, ich werde im Laufe der Zeit... Ja, 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 ja. Nee. Wechseln. Ich weiß, dass ich die Kugel auf dieses Podest legen soll. Ich bin gerade dabei. Bonus heraus. Und ich meine, dafür, dass wir fast durch sind, haben wir... Jawohl! Och, komm schon! Leck mich hart am Sack! Also, ich habe keinen Sack, aber ihr wisst schon. Dafür, dass wir fast durch sind mit dem Spiel, haben wir echt wenig Folgen. Ich meine, im Gegensatz zu Amnesia, meinem ersten Let's Play-Spiel, sagen wir es so. Da hatte ich ja echt Arsch-Fiel-Folgen... Nein, 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 nein! Och, komm schon, Lara! Ach, fickt mich doch ins Knie. Äh, dich. Nicht mich. So, keine Lust mehr. Holen wir uns den Kopf. Wir probieren es. Weh, ich muss den Scheiß mit den Kugeln nochmal machen. Gibt es eine Taktik-A-Phrase-Faum? Wir haben den Kugel... äh, wir haben den Kuh... What the fuck? Wir haben den Schädel, meine ich. Die Kugel ist da jetzt aber nicht mehr. Hm? Ach, was? Ach, Moment. Moment, 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 Moment. Das geht jetzt überhaupt nicht. So. Genau, und jetzt müssen wir diesen... Nein, 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 nein. Diesen... Diesen Kugel, diese Kugel dahin kriegen. Deutsche Sprache, schwere Sprache, das fällt mir auch nur beim Schreiben auf. Okay, also. Das darf jetzt aber nicht auf Zeit gehen. Gehen, das wäre nämlich arschgemein. Von diesem Spiel. Kurbel 1 Ball runter Oh nein Kurbel 2 Oh fuck you In your hand In your hand Oh what the fuck I find it interesting that they use the same enemies Yeah, you already know Only with... Yeah, thank you Only with other enemies How are they coming here? I want to do that Fuck you Aua Bitch slap Haut von hinten Dankeschön War da nicht irgendwo noch ein Medipack? Medipacks Medipacks Ach, die waren da oben Okay, dann jeder nicht Dann nicht Ich glaube, ich muss die jetzt alle da reinsprengen Ich bin mir aber nicht ganz sicher Und ich glaube, ich muss gleich leasen Da bin ich mir aber auch nicht so sicher dabei Okay Okay What the fuck War off Kleine Kugel Flieg Ich meine roll Nicht flieg Fast Okay Okay Ah, what the fuck Ach, richtig Ach, richtig Ach, ja Ach, schau mal Ich kann mich aber da runterrollen Und eins Naja, ich roll mich lieber nicht mit runter Ach, komm schon Ach, Lara 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 Okay Und zwei Und Kugel Nummer 2 3 Jetzt möglichst nicht drauf gehen Genau, gut Ja, ich muss die Kugeln alle sprengen Das habe ich mir schon gedacht Weser Oh, what the fuck Oh, what the fuck Aber natürlich, weil ich ja auch so weit springen könnte Oder was Verarsch Komm Komm Aua Du hast mich gefahren Beide Beide Ja Okay Ich hab Ich weiß jetzt, dass ich Skype vergessen habe Vielen lieben Dank für die Erinnerung So Das Problem ist, da ich jetzt auch Leute wie euch in Skype hab Ihr versteht nicht, dass wenn ich mich zurückschreibe Dass ich dann vielleicht Genau Dass ich dann vielleicht aufnehme Oder andersweit ich beschäftigt bin Deswegen müsst ihr die ganze Zeit schreiben Und deswegen macht es die ganze Zeit Plopp Naja, vielleicht ist es auch Tui Wer weiß Nein, 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 oh fuck you Ja Gerade ganz leicht Ganz schlecht hier gerade So Ne Du wirst schon Leck mich doch Das Ding soll weg Sprengen Und die letzte Kugel Boah, du dumme Guck Mann Hat das einfach wegbewegt Was geht denn? Okay jetzt Sprengen Juhu Eingelocht Bei mir lernt ihr wie man einlocht Das ist ganz Ganz easy peasy Hoppala Ich glaub wir haben aber ein paar Kugeln zu wenig Fuck you Hör auf mich zu Bitch slappen Da steh ich voll nicht drauf Oh kid Was auch immer das gerade war So Oh man, ich wollt grad schluss machen Verarschi Oh fuck you Oh Ohne Scheiß How you fucking Aua Shitting me Was passiert Was passiert Wenn man eine Opfange rauskommt Wenn du zum Rennen wirst du spiel Ganz gut wie das Leck mich hart Stirb jetzt Sind diese Dinos mit diesem riesen Dino nicht automatisch mit ausgestorben? Und wenn Nein, warum nicht? Das ist ja schön So Hier mach ich jetzt eine kleine Aufnahmepause Und dann sehen wir uns gleich wieder Tschüss Und dann sehen wir uns gleich Aufnahmepause 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 Aufnahmepause